Servus zusammen. Ja, ich dachte ich probiere auch mal diese ganze Vlog-Geschichte hier so ein bisschen aus und hoffe, dass der Ton und das Bild jetzt nicht völlig kacke sind. Ich will das auch so ein bisschen lockerer angehen, nicht so komplett steif und dachte ich nehme euch jetzt einfach mal so ein bisschen mit. Ich laufe hier gerade so ein bisschen gemütlich durch die Gegend. Ich denke, da sieht man auch so ein bisschen. Relativ entspannt hier, eine sehr ruhige Lage. Ich werde jetzt gleich abgeholt. Ich werde jetzt ein Kundenfahrzeug abholen, der ein total geiles. Und auch ein bisschen spezieller, also wird man nicht so oft sehen hier, denke ich, zumindest nicht in Städten. Und habe gedacht, boah, ich nehme euch jetzt einfach mal mit und probiere das mal dieser Vlog-Geschichte jetzt hier, wie gesagt, mal aus. Bekommst du das Fahrzeug das volle Paket? Also eine keramische Beschichtung. Vom Lack, Scheiben, Felgen, innen das Leder wird alles behandelt. Und ja, geplant ist von Surface, das Suave wieder. Das nehme ich sehr, sehr gerne. Ist toll. Also ich persönlich mag es von der Bearbeitung her. Super easy. Und boah, ich denke mal, das passt eigentlich so. Und was sagt er? Ja, Aussicht ist schon eigentlich geil. Oder er ist halt sehr ländlich. Ja. Genau. Gute Wolken da hinten. Sieht ganz nett aus. Ja. Warte jetzt gleich noch aufs Taxi. Dann steige ich ein. Soll ich euch noch ein bisschen hören, wie die Umgebung hier aussieht während der Fahrt. Bis gleich. Ja. Servus. Zusammen wieder. Ja. Ihr kennt das ja. Das kommt manchmal ein bisschen anders zu, als man denkt. Das hat leider gestern angefangen zu regnen. Und da wollte ich das Auto nur erstmal unterstellen. Und habe so ein bisschen schon mal gewaschen und die Felgen gemacht. Und reiche hier mit diesem zweiten Teil quasi nach. Ja. Ich will euch aber jetzt nicht so lange auf die Folter spannen. Ich weiß nicht, ob man sieht. Autos geholt. Es handelt sich um einen Mercedes. Ja. Und um welchen genau? Diesen zeige ich euch jetzt. Machines. Ja. Studio. Schleos. 現es. Da. Und um. Das ist einfach. Ja. 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 Ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Kurz ein bisschen zusammengeschnitten, also es war jetzt nicht übermäßig viel Arbeit. Hier ist er nochmal. Ein bisschen, wie gesagt, man sieht schon, sauber ist er. Die Felgen sind gemacht, Reifenflanken sind schon so ein bisschen eingepflegt. Und die Telling-Pompe will ich davon auf jeden Fall noch drehen. Also diese kurzen Videos, wie ich sie immer so drehe. Vielleicht noch ein richtiger Capron, gucken wir einfach mal. Ja, hat euch dieser Vlog oder dieser Vlog-Versuch gefallen? Gebt doch einfach Bescheid, kommentiert das mal. Und vielleicht gibt es das ja öfters. Man kann ja, ich sag mal, gewisse Arbeiten dann auch so anders dort zeigen, dokumentieren. Vielleicht mal zwischendrin da irgendwas zeigen. Das muss ja nicht immer so das übermäßige Video sein. Ich hoffe es hat euch sowas gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Habt ihr Fragen, Anregungen wie immer, ab in die Kommentare. Und bevor ich es komplett vergesse, auf Facebook habe ich aktuell ein Gewinnspiel. Ich würde sagen, guckt mal auf meiner Seite unten vorbei. Und da gibt es nämlich eine 25ml Abfüllung vom Herrenpfad Premium Wax zu gewinnen. Ich denke mal, das ist gerade für die interessant, die eine kleine Wachssammlung haben. Oder ich sag mal, dieses Wax schon immer mal probieren wollten. Das ist eigentlich eine ganz coole Nummer. Ja, ansonsten, wie gesagt, euch allen einen schönen Abend. Wetter ist ja total geil. Das ist zumindest bei uns strahlend blauer Himmel. Was will man mehr? Ich mache jetzt hier noch ein bisschen weiter. Und in dem Sinne, bye!